Nämlich das erste Ziel von Bildung wäre ein humanistisches, das heißt die Förderung der individuellen Begabungen, Talente und Interessen. Das zweite Ziel ein bürgergesellschaftliches, das heißt, dass man sozusagen vorbereitet wird und auch bereit ist, sich zu engagieren in einer demokratischen Gesellschaft, aber auch Solidarität und Verantwortung zu leben, und zwar nicht nur für Menschen, sondern auch für die Umwelt.